Ja, aber Sie sind neu hier, ja, für mich. Das stimmt, ja. Ja, freut mich. Sollen wir reingehen? Ja. Manchmal an der Tagesplatz, ja. Ja. Vielen Dank. Danke. Geht Sie gerne schon. Danke. Hallo, guten Tag. Bitte schön. So, bitte. Ja. So, bitte. So, bitte. Sehr geehrte Herr Bundespräsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundestages, sehr geehrte Herr Präsident des Bundestages, sehr geehrte Frau Bundesministerin Lambert, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts.